heute was geht ab heute mit einem video zu den neuen es kam ja jetzt eine neue welle mit dem thema boden bzw so wüste und habe ja jetzt immer die videos gemacht wo ich alle neuen kurz vorstelle ganz schnell und das machen wir natürlich heute auch dann gibt es noch ein paar infos also machen wir es wieder ganz schnell 23 neue zuerst haben wir da flumme er ist übrigens richtig geil der braucht nur 12 bonbons also das neue topsy beziehungsweise von leo beziehungsweise wampel und das auch richtig häufig also mit dem kann man auf jeden fall wieder fahren weiterentwicklung kakino den gibt es auch will zu fangen und dann am ende krumms nicht will zu fangen dann gibt es nachgeneck story junior den gibt es auch shiny habe ich übrigens gefangen sogar schaut euch das video von vorhin an link ist unten in der beschreibung dann steuergok weiterentwicklung wie kann man auch wild fangen und store loss kann man nicht fangen aber den gibt es als raid vierer werde ich den ups so vierer werde ich demnächst auch noch machen zu zweit aber nicht machbar sein aber zum dritt dann aber wir werden sehen dann kam auch und weiterentwicklung kann man guckt wird aber der soll bisher nur in indien gesichtet worden sein dann knackleon weiterentwicklung wie brava und dann die bilder knackleon übrigens bisher richtig selten zumindest hier in münchen tuska noktuska dann die zwei mysteriösen luna stein sonnfeld man hat gemunkelt luna stein nur am abend in der nacht und sonnfeld nur am tag aber man hat am tag irgendwie auch luna stein entdeckt und bisher weiß man da noch nicht so genau es gibt nur wie immer sehr viel gemunkelt ihr wisst die straßen munkel immer dann pupanz und lepo mentors will er und wille und zum schluss an und amaldok das waren die neuen pokémon eigentlich nicht viel das sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwölf neue pokémon wenn man die entwicklung nicht mit zählt also eigentlich echt wenig dieses wochenende platz macht glaube ich noch ein info video dazu für alle die mitmachen wollen kriegen wir hoffentlich paar von den neuen auf 100 sonst gibt es noch paar neue infos zu eiern ich bleibe hier mal ich glaube wir wechseln jetzt mal macht hier ein großes bild rein mit den ganzen eiern und mich dann klein und zwar hatte gerade eine aktion wieder laufen mini event wo aus den eiern nur die neue pokémon kommen es geht natürlich nicht für die die ihr davor eingesammelt habt und deswegen gibt es auch eine brutmaschine wieder im shop als aktion unter den super inkubator aber für 200 übrigens lohnt sich das gar nicht können wir uns auch noch mal kurz anschauen so fangen wir bei den zwei jahren an weil mir ist interessant stahl junior kann übrigens glaube ich auch scheinen aus dem einkommen lebiskus ansonsten der rest uninteressant fünfer die stadt der natur zu dem bräuchten bedingt die bonbons die babys ich habe immer noch keinen ich habe den kompare ob wir schon baby geblütet hat von den drei und dann eigentlich die meisten von den neuen die tat genannt habe der einzige neue der nicht in den firmen ist ist knackle und dessen 10er das zeigt auch wieder wie selten eigentlich ist und dann immer noch wieder vor trassler aus dem 10er was halt krass ist weil trassler ist überall womens wo uns eigentlich auch überall und warschwerd verdient auf jeden fall den 10er status aber das war's kleiner überblick über die neuen kürtel anscheinend regional luna stein und soundfilm man weiß noch nicht genau man munkelt nur dann noch ein kleiner überblick über die eier und gerade die aktion dass nur drei geblütet werden können also bietet fleißig falls ihr bock drauf haben ansonsten ich persönlich warte noch auf ein doppelstab event und zünder meine sternstücke aber das war's immer leiten subscribe kommentieren check die anderen videos ab folgt mir auf instagram facebook und twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist hier das business